Oh, die sieht schon wieder so deprimiert aus, die Kleine. Die ist so niedlich. Das ganze Zimmer ist total dunkel und düster. Sie scheint irgendwie religiös zu sein. Christlich. Kreiz. Ach man, die Arme. Hm, passt ja gar nicht zu ihr. Vielleicht so wie andere ihre Traurigkeit in Kunst oder Musik ausdrücken. Drückt sie vielleicht ihre Fröhlichkeit in Kunst aus, weil sie es nicht zeigen kann? Weil ihre Traurigkeit sie immer... Kate spielte den Violin jeden Morgen. Sie stoppt letzte Woche. Mom, Kate, dein Vater und ich haben gerade eben einen verstörenden Anruf von Direktor Wells wegen dir und irgendeinem Party-Video bekommen. Unsere Bedenken, dich an die Blackwell zu schicken, scheinen nicht für dich gewesen zu sein. Bitte ruf uns heute an, wenn wir diese Angelegenheit ausführlich besprechen können. Wir hoffen, dass du keine Schande über die Familie gebracht hast. Wir beten für dich und darüber, dass du uns gegeben und betest. Churchgirl by day, Partymonster by night. Hey, zurück. Schrecklich. Oh, die Arme. Aber ich jeden Morgen Violin spielen? Nervt das nicht? Kate macht sogar noch Noten in ihrer Bibel. Meine Eltern haben mich niemals zu Kirche genommen. Ich hatte nichts gegen sie zu rebelen. Ich weiß nicht, was jetzt zu glauben. Ich weiß nicht, was ist das denn? Matthäus 11, 28 Kommt alle zu mir, die euch geplant und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Hunger verschaffen. Das klingt doch nicht verkehrt. Das ist aber durchgestrichen, ne? Sprüche 21, 15 Der Gerechte freut sich, wenn Recht geschieht. Doch den Übertäter versetzt das in Schrecken. Kate ist nicht so gloomy. Hm, aber wer kann entscheiden, was Recht ist und Unrecht? Der Gerechte freut sich gar nicht weiter weiter. Achso, es gibt kein weiter. Weil, ne? Dann wäre ja jeder Justitier und jeder könnte über alles entscheiden. Das ist der küteste Bunny ever. Ich warte, Kate ist eine gute Mutter. Das Kate? Das scheint ihre jüngere Schwester zu sein? Das vielleicht ihre ältere Schwester? Mami, Daddy? Gruseliges Bild im Körper. Das ist eine Menge Teile. Sie wird durch die Boxen gehen. Das soll sie sehen. Ich hatte keine Ahnung, dass Kate mit Alissa und Stella zusammenhängt. Oh, wie süß. Hey, kleiner Freund. Hey, ich versuche meine Geschwistern, um zu gut zu benutzen. Jetzt hat sie die Örchen aufgestellt. Voll süß. Kate really has a doting father. A good mommy. So wie Max eine gute Pflanzen-Mami ist. Hm? Was haben wir hier für ein Foto? Was gibt's hier noch so? Ach. Jesus. Echt mal, guck mich nicht so an, so. Ouch. She left out Yam Nation. Hm. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Johannes 1, 5. Also wenn ich 1, 5 kenne mich da nicht so aus. Vers 1, Paragraph 5 oder irgendwie sowas. Katie, du wirst immer mein hellstes Licht in der Dunkelheit sein. Liebe und Umarmungen. Papa. Oh, süß. Oh, süß. Ich versuche sie aufzumuntern. Oh, ein Brief. Dear Katie, kein Geist oder Teufel hätte mich auf das vorbereiten können, was du in diesem Video getan hast. Wie eine Schlange hast du deine Netzenpersönlichkeit vor Gottes Augen entlöst. Ich werde auf meine Meinung für die Wartung der Mercedes-Benz auf ewigen Heulenfeuer, Heulenfeuer beten. Tantchenmarsch. Boah. Oh, krass. Gott. Ich glaube, jetzt habe ich alles immer nach seiner Zeit informiert. Hey, Kate, ich bringe dein Buch. Max, warum hast du inzwischen zwischen David und mir gestern? Wie war das vorhin mit seinen Gefühlen ausdrücken in Kunst und Musik? Hilfe. Was macht denn der gepackte Rucksack hier? Wird ihr irgendwo hin? Ich liebe Bullies. David Madsen sollte besser wissen. Okay, das ist gut, dass er das vorgekommen ist. Aber es ist schön, zu sehen, dass du mich interessierst. Kate, ich bin eigentlich auch interessiert. Also, was ist die Geschichte mit dir und David? Sie verstehen nicht irgendwelche Autos, die diesen Dinger draufgekriegt haben. Na gut. Er denkt, ich bin Teil des Vortex Club. Ja, richtig. Na, weil ich dir helfen wollte. Ja, super. Ich hatte keine Wahl. Natürlich hatte ich eine Wahl, aber... ich habe eben die richtige Wahl getroffen. Warum hast du mit ihm gef... Mit ihm? Hä? Mit ihm? Wie mit ihm? Oder mit ihnen? Also mit dem Vortex Club oder mit dem Typen? Also mit dem Video? Warum? Ich weiß gar nicht. Ich frage jetzt einfach mal das. Ah. Es klingt nicht wie du. Ich kann nicht sehen, dass du mit Victoria partierst. Ich habe nicht. Du musst mir sagen, dass du mehr als das erzählst. Was hat bei der Party passiert? Hast du trinkt? Ich versuche zu Gott, ich hatte eine Sip von röde Wein. Und dann habe ich eine. Mit mehreren? Oh Gott. Das ist schrecklich. Das hört sich nicht nach dir an. Warum wolltest du hingehen? Ja, warum wolltest du hingehen? Ich meine, jeder will noch ein bisschen Spaß machen. Das ist schrecklich. Das ist schrecklich. Ich nehme eine Sip von der Kirche und ich endet nicht auf einem viralen Video. Okay? Hat jemand dich truggete? Ich erinnere mich... Ich erinnere mich, mich erinnere mich. Ich erinnere mich. Geh, weiter. Dann hat Nathan Prescott gesagt, er würde mich nach dem Krankenhaus. Was ist das? Wenn ich mich nachdecken, dann... Oh, shit. Er hat jemand den Menschen verhalten, wenn er mich nach Masseckung auszutzen. Er ist der andere Anteil von «nicht». Was ist das? Was ist das? All I recall ist, drehen uns eine lange Zeit. Ich kann dich in einer Wohnung ci Oxfanne erkennen. Ich dachte, es war ein Hospital, weil es so weiß und blöd war. Geh auf. Ich höre. Es war jemand, der mich in einem soften Wunsch war. Ich dachte, es war ein Doktor, bis ich Nathan hörte und ich habe einen scharfen Sting in meinem Nack. Und, und... Oh Gott. Nathan Prescott, das war der Drogendieger. Bist du hier hingegangen? Wie krank warst du? Das ist alles, was ich erinnere. Ich weiß nicht, was passiert. Ich woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Was für ein scharfes Stichen im Nacken. Thanks, Max. You can put my book here near my bag. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Oh Mann, Scheiße. Das ist echt blöd. Und ja, das kann man da schon tun. Wenn ein Video einmal im Internet ist, dann ist es im Internet für immer. Was von der Film. Oh Mann, Scheiße. Was von der Film. Warum? Jetzt geht's so aus dem weiteren Himmel so eine krasse Entscheidung mit mir. Das ist was du musst, nicht sie. Ich sage dir nur, wie die Körpers in der Schule das sehen werden. Das Video macht dich nicht genau richtig auf. Das macht mich so glücklich. Nein, nein, Kate. Ich möchte einfach nicht mehr verletzt werden. Das ist unmöglich. So, das ist deine Antwort? Ich denke, wir sollten warten. Es gibt andere Dinge, die dir helfen können. Aber nicht gerade jetzt. So, ich kann mich durch die Halle mit der Leute, die mich eine viral-flutte nennen. Danke, Max. Good job, Dr. Max. Sie lief nicht, was ich gesagt hatte, aber wir brauchen mehr Proof, was passiert. Bei der Aus observiert sind Covid mitznaht. Hoe war sie sich Call Alliance an heads? Warum schlictionte diese? Genau die Höさい erkennung hat. Sie drehen sich selbst? Ich denke auch, dass wir mehr Beweise brauchen, um einfach zur Polizei rennen, das bringt doch nichts. Was will sie denn dann sagen? Das ist ja auch schon ein paar Tage her, da kann man ja auch irgendwie Drogen wahrscheinlich gar nicht mehr in ihrer Blutbahn irgendwie nachweisen. Ach, sogar den Spiegel hat sie verhängt. Habe ich das Buch jetzt dahin gelegt? Ja, sonst würde es ja oben angezeigt werden. Äh, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Oh, eine SMS. Max, Essen, Two Whales, wir sehen uns. Kriegt nicht die Finger beim Simsen. Yay, Früchte. Meilig, meilig. Keine Emojis. Pff, okay. Also. Oh, was? Erstmal von Mami die SMS lesen? Oh, ich muss immer so eine Wiese-Romane schreiben. Oh, Scheiße. Jetzt bin ich ein Anonymous-Fress. Es wird nie endet. Das muss immer von Nathan sein. Aber es könnte niemand sein. Ich hätte lieber auf jeden Fall sein. Ich hätte lieber auf jeden Fall sein. Ich hätte lieber auf jeden Fall sein. Das ist eine sehr wichtige Gefahr. Hey, Schatz. Ich hoffe, du vergisst nicht die Pflanzen zu gießen, die wir dir gegeben haben. Aber überwässern sie nicht. Mami. Oh, ne. Ich habe sie bestimmt schon überwässert. Was? Wirklich, Max? Unbekannt? Ähm. Halt lieber dein besserwisserisches Mondwerk oder ich komme dich holen. Ich weiß, wo dein Bett schläft. Was? Ich weiß, wo dein Bett schläft? Ich glaube, es war eine kleine fehlerhafte Übersetzung. Ah, wo war denn dann meine Nummer her? Is er spinning? Oh! Oh, ich muss ihn doch gleich so bissig sein. Inke Maustaste? Nee, inke Maustaste. Guck mal, da steht Warren. Oh, der redet bestimmt gleich mit uns. Wie kann ich denn jetzt diesen Two Tails? Nee, Two Whales. Ah, der hat das Gerüst abgebaut. Scheint offenbar fertig zu sein mit dem Streichen von dem Holz da oben. Warum Gerüst? Hä? Ich weiß gar nicht, was kann ich nochmal alles fotografieren? Ich schau mich einfach hier ein bisschen um... Akten? Habe ich das mir schon angeguckt? Was waren das jetzt? Was waren diese Punkte da oben? So was zu bedeuten? Samuel? Warren. Ich weiß genau, wenn ich Warren mein Handy geben würde, würde er es zu Forschungszwecken in die Luft jagen. Er will nach einer Woche seinen USB-Sieg wieder haben. Auf dem sind die krassesten Segel im Film, die man sich vorstellen kann, sagte er. Gott sei Dank waren es keine Pornos, wofür ich ihm echt dankbar bin. Er ist ein richtig guter Freund und wir haben eine Menge gemeinsame Interessen. Er liebt die Wissenschaft, aber versteht auch wirklich was von Kunst und Fotografie. Obwohl er sagt, dass ihm meine Fotos befallen, weiß ich nicht zurecht, ob er nur nett sein will. Warren ist ein Geek. Aber er sagt immer offenbar seine Meinung. Also warum sollte er mich anlügen? Es wird gut, einen Verbündeten in dem gleichen Alter zu haben. Und außerdem bringt er mich zum Lachen. Tut mir leid, wenn ich es so schön vorgelesen habe. Ich hoffe nicht. Dann ist da noch Chloe Price. Was sagst du nach fünf Jahren vorgestellte zu deiner besten Freundin? Nachdem du ihr Leben in einem Mädchen-Clo gerettet hast? Nichts. Ich fühle mich mies, weil ich mich nie bei ihr gemeldet habe. Keine Ahnung, wie ich mit der neuen Chloe umgehen soll. Einerseits scheint sie so vertraut, aber irgendwie auch völlig anders. Sie wird erwachsen. Sie wirkt erwachsen. Aber nichts so, als wäre sie nur ein Jahr älter als ich. Ich stehe auf ihre blauen Haare und die Fangklamotten. War klar, dass sie zu einer Rebellin werden würde. Sie sieht immer noch wie eine Piratin aus. Naja. Eine, die stage-dived. Ihre Körpersprache verbietet mir, dass sie sauerhaft ist. Ich bin froh, dass ich mich immer noch die alte Schäden. Und was ist mit dieser anderen Schäden? Ich bin mir sicher, dass der Tod ihres Vaters sie noch mitnimmt. Verständlich. Das war hart für Chloe Joyce. Samuel wirklich sollte das Lachen. Es ist ein wunderschöner Schäden. Und es ist zu leicht, dass sie in den Kummer zu entkommen. Apropos Kummer. Es ist klar, dass Chloe in diesem Prescotts Kram überwiert ist. Keine Ahnung, was da los ist. Aber ich werde es rausfinden. Egal. Harry, das sagst du wieder mal her. War ja jetzt ein anderes Foll. Wohl, dass sie sich ein anderes Foll. Wohl, warum das Schäden nicht immer nachmachen. Unsere Folle nicht vorgesehen. Oh. Was wirst du hier genau hier auf teachers? Mann, wir kommen hier einfach zurück. Was ist das so? Am cabin hier? Ich bin irgendwie Rachel in Emberszeit. Was ist das schön. Woh. Ja, ich habe auch denken, sehe ich aber ganz genauso. Oh, komm her, du kleiner Süßer. Hallo. Gehen wir mal ein bisschen weg. Kann Blackwell haben nicht nur eine No-Football-Zone? Ja, komm her. Awww. Oh, ich liebe Altershörer, die sind so süß. Aber wir sind nicht ganz anders als bei uns. Die Wehker, die sind irgendwie so grau und dreckig. Und die sind so klein. Sie sind so ganz schön, diesen kleinen Fusseln an den Öhrchen. Hallo, Busch. Sorry to pry, Samuel, but... Why are there photos of Rachel Amber in your shed? I'm curious about her. Sorry to pry, she says well pry. Dann gehen wir mal zu Samuel. Ja. Hey. Hey. Ah, das sind die Tränschen, das ist die Tränschen, das ist die Tränschen So, what did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the earth to get our shit together. So, we're going to see that Samuel hasn't seen anything like that before. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. The squirrels always come in the morning for food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Don't laugh, but... I saw a doe that seemed to be looking right at me. Like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. Nothing weird there except you saw yours. Could be a sign about your destiny. What do I know? My spirit animal is a squirrel. I don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. Henry! The window was still broken after I warned Alyssa about the rogue football. One little thing changed the course of that window's life. Okay. Hi Taylor. Why would you even talk to me after the shit you pulled yesterday with Victoria? I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk for once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment. So talk. Oh, that's what happened. Oh, that's what happened when you preach to everybody about sex. She'll live. Why do you hang out with Victoria? Taylor. She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you can have. Never mind, Taylor. That was a great talk, Max. Let's not do it again. Now if you'll excuse me. Hey. Hey, that's got an Eichentie-gesprung. Kate's video. Victoria, Kate's video. Ugh. I should have a good friend. Uh, you got it. By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. I owe you. Oh, yes you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl, she's pretty punk rock. How do you know her? Thank you. That was so stark. Ah, so stark. An old friend, Chloe Price. We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rockstar. Which begs the question, why is Nathan Prescott getting psycho on you? Every... Yeah, every day hero. My Piraten. Chloe Price. Oh, the arm and the truck will be full of the height. He's full of the power out. I busted him in the bathroom yesterday with a gun. Chloe Price. I was too scared to tell Principal Wells. Chloe Price. Please don't say anything. I'll give you more info later. Weird fucking week. Like that bizarro snowfall yesterday. Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Yes, that's exactly what I need. I love those old school ape films. Well, that was easier than I thought. I got it. Cool. I'll text you the info. What are you doing here? What are you doing here? To Chloe? I don't know what you want. I don't know what you want. I want to say just yeah. By the way, thank you for stepping in. Oh yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. Hey. I'm some personal superhero. Das wird konsequent. You're real every- Even though you left me. Ich weiß gar nicht, was der so- Ich könnte halt so schnell lesen. Wenn man was mit dem Film, mit dem Film, keine Ahnung. Warte mal kurz. Uno, momento. Ich will nochmal. Ach, diese Fähigkeit ist einfach. Was ist das? Was bin ich überhaupt? Was bin ich überhaupt? Ich kann doch einfach zurückholen. Hallo. I'll give you more info later. Weird fucking week. Das war so stark. Nein, ich mache vielleicht das gleiche. Das war ein Spiel. Ähm. Jetzt kommt's gleich. Nein. Nein. Ich glaube nicht, dass ich mich auf den Film konzentrieren kann. Ich fühle mich einfach aus. Okay. Sei ein verdammter Mensch. Ich werde mich selbst essen. Ach, Planeter Affen. Lass uns zum Affen machen. Ist das bescheuert? Okay. Okay, ich mache jetzt mal ein... Nein. Eigentlich will ich gar nicht ein Nein machen. Yes. That's exactly what I need. I love those old-school eight films. Well, that was easier than I thought. Cool. I'll text you the info. Aber... Ich mache plötzlich mal Nein. Und wenn das scheiße ist, dann spule ich nochmal zurück. Dann schneide ich das vielleicht raus. Oh, nein. Ich war so richtig. Oh, okay. Oh, okay. Das ist jetzt genau das Richtige. So, ich schau mir mal nach. Das ist doch, wenn ich mich nicht so genau das... Ich bin mir nicht so gut. Und wenn ich mich jetzt reißen kann, wäre es mir passiert. Ja, ich würde mir einen Begriff machen, Und wenn du so gut bist, dann... Als ich mich nicht so gut... Cast some light and you'll be alright Cast some light and you'll be alright No, no Crosses alarm They'll be on your shoulders Sirens inside you Waiting to step forward Disturbing silence Darkness inside you Cast some light and you'll be alright To all of you American girls It's sad to Imagine a world without you American girls I'd like to Be part of the world around you Driving a car by the seaside Watching all the world from the bright side grew up in a Miguel Swamp What a lot is Of course Alexandra Of course Here, 했어